Ja, die Flagge ist in dem Gebäude und die Flagge muss wir dann am Schluss wieder dahin bringen, wo wir jetzt drauf ist gemeinsam. Ja, die Flagge ist in der Regel. Also, die Flagge sind zwei beschäftigt. Was machen wir? Warum hat die da so viel aus? Chef hat Sniper geirrlich. Habe ich von rein? Wenn es die Glocke ist, dann ist es draußen auch jetzt nicht. Von vor. Vielleicht nicht. Ich muss vorhalten. Jetzt hab ich, jetzt hab ich eh, hier ist der Wurscht. Und dann sind wir da schlecht. Heute, ich höre noch auf schlechte Position. Jetzt nicht mehr. Ich bin beim Tor. Bleib Sniper oder einfach? Nein. Ich höre einen Wahltag und keiner von uns steuern gehen. Du hörst dich? Unten links ist einer, Simon. Oben einer? Naja. Der hat hinten einen Wahltag. Denkst du mal her von der Balli-Flage. Habe ich nicht mehr. Der hat noch hinten mehr. Zwei. Echt, es hat nichts mehr. Okay, hab ich. Boah! Garnate! Garnate! Auf die Balli-Flage! Ja, super. Super, ey. Null. Ja gut, ich hab's ganz kurz in der Hand gehabt. Das reicht. Das reicht. Also, das ist unser. Du bist vorne in Null. Beziehungsweise bin ich vorher. Ja, ich hab's geschafft. Man, jetzt hab ich's doch drauf gehabt. Und nicht mit nem Lunch in dem Gebäude hier im Campen, gell? Warum? Warum? Erst macht man, dass das anfällt. Achso. Aber ich dachte, wir wär was anderes in dem Gebäude drin können. Ja. Wo? Ja. Wo? Ja. 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 Das steht links vorn bei der Sniper. Ja. 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 Nee. Ja. So geil! Au au au! Au! Sonst ist da nichts. Nur für. Nur für ein Sniper. Sau gut! Der fluchen ist! Ich hab das gerechnet, Lachen. Ich hab das. Kriegst du den? Ja. Wär bloß der Vorrückung bei ihm schon. Wenn er irgendwie Resistanz macht, dann ist er schlechter. Guck mal, Ansichtbarkeit. Boah! Guck ihm auf! Jetzt hat er das Ding genauso gedreht, wie ich geschossen hab. Guck mal, nichts machen. Zwei. Jetzt hat er noch nicht geklappt. Wer ist da jetzt? Schau mal. Unten geht einer rein. Wann bin ich denn? Wo bin ich denn? Achtung! Los! Der ist echt gut. Schau mal. Wo ist die Flange jetzt? Ich glaub der ist links lang. Von uns ausgesehen. Ja, ich muss ihn den Weg abschneiden. Oh man! Der Spawner hat vorbeider den ich nicht umbracht hab. Weil ich ihn umbracht hab. Schieß runter rechts! Ja, das war's. So. Du kriegst nicht, dass jemand. Wenn ich den Sand nicht umgebracht hätte, der liegt nur wenn er nicht direkt. Schieß runter rechts. Das ist ein Gasfahrtraum. Ja, das steht. Das ist ein Gasfahrtraum. Genau zielen und wenn er in den Kreise ist, abdrücken. Genau zielen und Kreis abdrücken. Ja, da hast du noch... Ich glaub sind wir vorher gerade. Machst du aber... Oben, oben ist einer. Links. Ein Geschütz. Okay, hab ich. Simon, machst du ab? Du kannst ja die Flange durchschmeißen durchs Gitter. Achso! Hat sich ja ledig. Jetzt schleichen, Simon. Ja, da hast du den Ding. Gehst du lang? Oh, okay. Oh, das ist jetzt da oben. Da ist runter! Ich fahr doch hin. Nein, der ist nach oben, glaub ich. Ich will nicht reingehen. Kannst du mehr? Ja. Achtung. Oh, müsste. Verordnet. Prost. Gleichsam feste. Das heißt, es geht mir hier. Jawohl. Ich seh die ganze Zeit Flagge hinter mir. Eine Flagge hinter mir. Ja, dann drehe ich mich um. Wo ist denn die Flagge da? Die ist da unten drin im Loch. Ist gut. Du müsst sie mal kurz anfassen. Da kommt noch einer. Von rechts. Konate. Danke. 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 Da wollen wir mal kurz... Insgesamt noch einer... to clients with the So und jetzt wieder ganz groß kämmen. So und jetzt wieder groß. Erst am Borgfang. Beide rechts. Aber am Borgfang, der kommt ja nicht. Die umrund. Beide rechts und rechts. Um, geht er rum? Wie lange ich noch übernehme? Ah, splatterd. Hat der jetzt nie gewechselt seinen Teamkameraden unten fahren? Was sind das splatterd? Ja, ich bin rechts. Ja, ich bin innen und drinnen. Aber ich bleibe innen und drinnen. Wer ist? Ja, das bin ich. Kommt da einer. Kommt da einer. Ja, der andere. Ist drin. Kommt da einer. Kommt da einer. Kommt da einer. Weil ich hab ja fast kaputt ist. Geh in den Punkt. Pass. Ist er? Ist er rein? Hinter mir ist einer. Scheiße. Ist er rein? Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht geändert. Ist er eine bei der Flöcke? Ja. Pfff. 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 Denkst du, dass keiner von der China kommt? Schäften oder? Ja. Schäften oder Flöcke? Ja. Geht oben ab. Der hat schon abgebrochen. Ist der obere tot? Äh, natürlich. Der wird jetzt kämpfen. Wenn man das seit, äh, links oben kommt einer. Obens. Ja, die ist. Zwei kommen, links. Zwei kommen. Zwei kommen. Wie schafft er's noch? Wie ist denn er schafft? Sanzen läuft wieder weg. Ach, die haben beide... Ok, zwei sind zu zweit, links. Da steht noch ein Wartorg, rechts, hinter... äh... Hinteraus. Der Windbaron ist das lange. So, okay. Da steigt es unten rein. So. So geil, dann steigt es in den Wartorgang. Dann hat's, okay. Beifahrersitz da hinten. Von hinten steigt noch Beifahrersitz. Okay, I didn't know the other one cheating. True. So. Ich glaube, Dings auf Terminal ist recht gut bei 6 Leuten. Schauen wir mal, wem es geht. Okay. Okay. Okay.